Wenn Sie rund um die Küche echt so ein Schnellchecker-Blicker sind, dann könnten Sie jetzt 250 Euro gewinnen. Hallihallo, ich komme gerade vom Wochenmarkt. Das macht total viel Spaß, all die frischen Sachen dort einzukaufen. Aber jedes Mal verliere ich auch ein bisschen was von meinem Zeitgefühl. Jetzt ist das höchste Eisenbahn, ich muss mit dem Mittagessen beginnen. Heute gibt es frischen Blumenkohl. Und damit der nicht nur gut schmeckt, sondern auch noch gut aussieht, gebe ich beim Kochen einen Schuss Milch mit ins Kochwasser. So behält der Blumenkohl nämlich seine schöne weiße Farbe. Stopp Alex, tu das nicht. Wenn du Milch ins Kochwasser gießt, wird der Blumenkohl hinterher nicht weißer aussehen und wahrscheinlich schmeckt er hinterher ein bisschen komisch. Ich zeige dir, wie das geht. Dem Blumenkohl vor dem Kochen ganz einfach in Eiswasser abschrecken. Dann erhält er beim Garvorgang die schöne weiße Farbe. So macht man das. Die klingen ja beide super überzeugend, ne? Frau Freund aus Dittichheim. Sie sind am Apparat. Wir gucken uns nochmal an, was beide behaupten. Blumenkohl bleibt beim Kochen schön weiß, wenn man ein bisschen Milch ins Kochwasser gießt. Was ist denn das, Sorge, Gerlinde? Hallo? Ja, ja, ich bin dran. Ach, das ist schön. Der Alex sagt ja ein bisschen Milch und die Margareta sagt, ne, den Blumenkohl in eiskaltes Wasser legen. Was sagen Sie? Welche Antwort stimmt? Ins eiskalte Wasser legen. Die Margareta, sagen Sie, hat recht. Wir loggen das ein und wir lösen auf. Milch funktioniert tatsächlich. Ein Schuss Milch im Kochwasser lässt den Blumenkohl schön weiß glänzen. Eiswasser hilft dagegen gar nicht. Wer gerade keine Milch zur Hand hat, keine Sorge. Auch Zitronensaft hilft dabei, dass der Blumenkohl seine weiße Farbe behält. Und noch ein Tipp. Wenn man den Blumenkohl vor dem Kochen, am Strunk, kreuzweise einschneidet, dann wird er viel schneller gar. Und jetzt, bon appetit. Frau Freund, es ist so, wie es in der Werbung schon immer hieß, die Milch macht's. Tut mir leid. Ja. Zwei Trostpreise bekommen Sie, den Küchenhelfer. Und weil wir heute die Aktion Wandertag haben, Wanderkarte Deutschland haben, noch einen Wanderrucksack von ARD Buffet. Viel Freude damit. Oh ja, ist auch recht. Vielen Dank. Also, tschüss Frau Freund. Dankeschön. Tschüss.